Hi Pyros! Heute zünden wir für euch die Happy Flower von GAU. Eine richtig schöne fette Batterie mit auch blauen Effekten. Da freue ich mich schon tierisch drauf. 266 Gramm NEM und dann gucken wir mal was sie kann. Viel Spaß bei der Zündung! Läuft die GAU Happy Flowers! Boi! Hohoho! Hohoho, Freunde! Die GAU Happy Flowers! Richtig, richtig geil! Die hat ultra fette Zerleger, also laut. Die knallen richtig gut und tiefer, bassiger Knall. Dieses wunderschöne Blau am Anfang und alles andere. Also echt ein super Teil. War glaube ich gar nicht so teuer. Um die 12 Euro. Nehmt es euch mit dafür. Es lohnt sich! Bis demnächst Pyros! Peace!